so diesmal soll es die eislandschaft sein der blue reaper das toll das bosomobil das möchte ich sehen und das habe ich meinen zum anfang bei meinen leuten zerstört zu schauen was haben wir denn kiss my gun der stadtkurs ist gefällt mir jetzt schon an sich fälle teilen mit dabei finde ich schön schön darauf kann man doch aufbauen und jetzt leute auf geht's also wenn der jemanden rammt dann brust mahlzeit das muss ich mal gucken sie haben ein bisschen was in luft nicht so viel diesmal drei stück er verdammt wieder eine art hier oben oder gut damit muss man einfach rechnen ich auch mal diesmal bekomme ich wieder so gut hin wie es selbst mal den tor doch gleich mal ein bisschen behaken und feuer reingerannt egal macht nix uns geht es noch gut wir haben wir uns jetzt erstmal darum diesen fusion start zu bekommen als andere ist neben sache kommt gar nicht mal durch hier so viel dazu halte ich in der bauch die wollen ganz unbedingt die taurarm zu wissen ausschaut also ich würde es mal sagen ihr kriegt die nicht aber okay das jetzt so aggressiv vorgehen hätte ich jetzt mal nicht gedacht und meine kollegen dankeschön so viel ist aktiv und jetzt können wir auch mal helfen gehen so dankeschön nur erledigt ich glaube das war nicht ich das dürfte ich nicht gewesen sein dann bin ich helfe mit kann ich noch nicht mal vor kann zwar nicht so viel aushalten aber es reicht aus es reicht aus jetzt haben wir jetzt haben wir heute kommt schon eines habe ich noch jetzt habe ich noch so kommst du kommst auch weg wie ich den gehalt worden fast na 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 wunderbar dankeschön so muss ein medic doch sein immer da wo man gebraucht ich gedacht dass man so schnell schon einen schaden richten können keine da kann ja da heißt wir können uns darum bemühen die nächsten tor 1 nehmen der kiel hat zwei nicht so gut also gar nichts zu sagen ouch der herr könntest du eventuell sterben das wäre egal super da kommt der nächste da kommt der nächste zum glück bin ich ein ram panzer und ram panzer heißt ich kann den kram wenn ich mal durchkommen würde wenn nicht ist auch nicht so schlimm wir haben genug dauerfeuer um ihn aufzuhalten und ja sie haben sich geräumt sie haben sich gegenseitig geräumt das ist ehrlich das ist ehrlich dankeschön wenn mich reparieren könnte wäre das gar wunderbar okay wir machen das hier kaputt lasst euch nicht tumpen weg mit dem klumpen das ist ja schon wieder das sage mal ich glaube dem geht es zu gut da kommst du ja wunderbar so irgendwo aber ich glaube dem geht es gut er fliegt immer durch lässt sich gerade zu reparieren und fertig ist auch natürlich noch mal auf könnte man mich heilen eventuell ich glaube unsere medikatz erwischt ja so ein bisschen zumindest ich glaube da brauche ich nichts machen respawn verdammt nein das war nicht gut das war nicht gut das wollte ich eigentlich machen auch verdammt ich glaube ich muss weg ja meine leute brauchen mich ich bin tot die frage ist natürlich warum haben wir nur noch einen bisher schönes design ein bisschen wahrscheinlich deswegen ich glaube ich möchte ich war gerade sagen zurück leiten aber nein leiten schaut anders aus aber wir haben noch mal so ein ich glaube der sollte auch wie spawn das kommt da nichts gut bei raus das möchte ich jetzt noch mal behaupten ist nicht gut ganz und gar nicht gut sogar muss das ding auf der seite ich habe davon auf der anderen seite gespielt so wenn angreifen dann schon richtig angreifen und das mit wasser und viel wiederum drum ja fast noch eins ohne schützschild brauchen wir uns auch nicht zurückziehen na kommst du ja dankeschön dann müssen wir halt das kaputt machen irgendwoher brauchen wir uns das schild müssen wir uns aufladen na kommst du ja ouch derweil ist bis sich aufladen kann wahrscheinlich na komm verdammt jetzt habe ich gar nichts mehr jetzt habe ich gar nichts mehr ok komm wenn dann tötet mich richtig tötet mich wie ein mann los ich sage mal so wenn es weitergeht hammer so ein bisschen schwere zeit so kleines bis zumindest wir haben das noch 1 unterwegs wie nennt sich der denn der terminator ist es der muss ich einfach nicht bewegt weil ich da es mich kicken geht es irgendwie so kicken ist es wäre super denn der körper müssen mich rein gar nichts diese wo ist auto kick ist okay wenn man das bei braucht oh gott kommt schon da gehst du vor uns drauf dankeschön das gibt es ja gar nicht oh komm ein schuss hat noch gefehlt ein einziges schuss und vom tod von oben wo gemerkt ja 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 zumindest jetzt müsste eigentlich der eine rausgelegt werden wir haben noch einen strich besser dieser strich haben wir einen strich ist der schon draußen ich weiß gar nicht irgendwie sind wir ja so ein bisschen unterzahlen das ist glaubt nicht ganz so vorteilhaft wir haben auch noch so einen wie ich dabei noch einen weiteren der gerade ist jetzt hier nicht so vorteilhaft ist oh gott oh gott wo kommst du her wo kommst du her nein 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 ganz viel 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 nein auch zu dir irgendwie Nein, okay Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das eine fette Niederlage wird Vielleicht schon von der Tatsache, dass wir alles um die Tod sind Ja, das ist ungefähr Wahrscheinlich hat der Medic mehr Schaden angerichtet als ich im Endeffekt Kann es sein Terminator ist jetzt im Spiel Jetzt, kurz vor der Niederlage Ähm, ja Da kommt der gute Mann ein kleines bisschen zu spät So, ihr macht das Ihr versucht das Eis zu halten Während ich versuche hier einen Turm zu bekommen irgendwie Weil ohne Turmschild schauen wir nämlich ziemlich alt aus Wir brauchen dieses Schutzschild Wir brauchen es so dringend, wie wir Luft zum Atmen brauchen Um es mal ganz, ganz, ganz hart zu sagen Ja, verdammt So, loslegen Der Gegner kann gerade nichts machen Das ist gerade im Rückzug wie Ding, glaube ich Komm, 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 komm Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg Das hier noch, das hier noch Und der Romano, Dankeschön So Ja, komm schon Nicht mit mir, komm, komm, komm schon Genau das, was der Opa verschieben hat. Nicht der Opa-Arts oder so? Nein, der Opa-Arts verschieben. Na, verdammt noch eins. Gut, so viel dazu, so viel dazu. Du bist ziemlich besser als ich. Viel besser sogar. Ich muss weg. Ja. Der hat aber auch Knarren drauf, hat er. Ei, 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 ei. Jetzt ist er da. Jetzt ist die Frage, wie gut können wir den Gegner niedermachen? Uh. Ich müsste Gegner einfach nur reinfliegen und reinbomben. Das würde ihm schon mehr als ausreichen eigentlich. Oh, du darfst machen. Verdammt. Ähm, als Medik so weit nach vorne, das ist nicht gut. Ich mach' ich selbst zu einer Ziehscheibe, mein Freund. Ich steuere ein bisschen Luftkampf dort hinten. Und schau'n mal, ob wir nicht den weiteren Turm umwiegen. Komm schon, ihr seid genügend Leute. Wobei, ja, es würde wahrscheinlich doch nichts werden. Nein, das war's. Das können wir höchstwahrscheinlich nicht mehr halten. Deswegen. Ja. Mit dem, was wir mitnehmen können. Und dann... Ah, verdammt. Zumindest ein bisschen schaden wollte ich eigentlich aber nicht. Aber na gut. Da kann man leider nichts machen Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man So ist das nun mal Okay Die Frage ist, trotz Niederlage Bekommen wir zumindest ein paar Tech Points Das wäre super Ja gut, immerhin 9 9 ist gut 9 ist sogar sehr gut Kann man nichts gegen sagen Heißt, in einem weiteren Spiel hoffentlich bekommen wir mehr Aber diesmal Change Modus Soll ich jedoch kein Challenge Modus werden Hatten wir ein bisschen zu sagen gedauert Deswegen bin ich wieder umgestiegen Scorpion Sniper, ich glaube ich weiß was das ist The Magic Bean Das klingt doch interessant Bohnen sind immer lecker The Magic Bean Wo ist die Magic Bean Ja, definitiv Good luck have fun Und hoffentlich auch Ein guter, guter Sieg Auf geht's Mit sechs Stück diesmal Okay Das ist nicht viel Das heißt Ich muss gut abschneiden Was nicht so gut ist Wenn man bedenkt Meine Rüstung hält der Waffentechnik T10 Eigentlich nicht so ganz stand Und ein bisschen was in der Luft Ja, nicht so gut Da kommst du ja Wir schauen einfach mal Ich werde es nicht in irgendeiner Weise hier knacken können Ich werde von hinten gerammelt Von Um liebenswerten Hannibal So Hannibal Durch dein liebesvolles Gerammel Sehe ich nichts mehr So Das ist ja noch wegrammeln Da kommst du ja Damit wir auch ganz schnell Ein dieser Türme bekommen Na Die sind auch noch Wunderbar Fusion shield ist aktiv Das heißt wir zwei Können uns darum benühen Nach vorne zu kommen Nicht für lange Meint man nicht für lange Ja, bleibst du mal hier stehen Guten Tag aber auch Ich hab gehört Sie wollen ganz ganz dringend Abgeschossen werden Ganz ganz dringend sogar Autsch 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 Dankeschön Und ich glaube Der möchte auch abgeschossen werden So wie es ausschaut So Gehst du mal hier runter Dankeschön Auch hallöchen Aber auch Hallöchen Aber auch Möchte jemand sterben Möchte jemand Freiwillig sterben Komm schon Ich bin für den Nahkampf Ausgerüstet Okay Ich war für den Nahkampf Ich war für den Nahkampf Ausgerüstet Na kommst du her Der nächste muss Freilich Dankeschön Du musst auch noch Ein bisschen fallen Ja Ja Leif Leif Einfach nur durch Einfach nur durch Achso Warte mal Ich kann ihn ja jetzt Wegboxen Ja Vollkrieg abgeschossen Hatte ich ihn aber auch So jetzt Da Da kommt Der kommt Seck rum Nicht mit uns So kleine Als Prodiet So verschnitt Nicht mit uns No 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 Ich hätte eigentlich gedacht Ich hätte hier ein Medic noch an meiner Seite Wo ist der denn hin So Ich hätte gerne Oh Der schießt mir meine Sack halt weg Das ist nicht Das ist ganz gleich gut Muss Mal weg Muss man hier Im weg Muss ihn hier kaputt machen Oh Gott Amerikos 100 Dankeschön So nicht alles muss das sein Wo ist er hin Er ist gerade nicht da Aber Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Du hier Weg 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 Nein 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 Ich habe keine Nervenste mehr Oh doch eine Ich hatte noch eine Das habe ich nichts mehr Das habe ich so gut wie nichts mehr Noch eine einzige Knarre Das ist nicht so gut Ja komm Ja Mach mich fertig Dankeschön Silvercloud ist hacking Warum denn Wer ist in diesem Silvercloud Aha, das habe ich jetzt nicht gesehen Das müssen wir doch gleich nochmal angucken Dankeschön, ich möchte zurückkommen Der Gudego Silber ist am betrügen So geht das ja nicht So geht das aber nicht Jetzt bin ich doch klapper gespannt So, er wird hier gerade zusammen gemacht Und du musst hier ganz dringend weggeschossen werden, mein Freund Hallo, ich ne Bauch Ich glaube, du musst auch ganz dringend mal besiegt werden So, der fliegt erstmal nach unten Du fliegst weg Und du kommst jetzt mal gefälligst her Na, kommst du her So ein kleiner Medic darf doch nicht fliehen Von der Gros Immer explodiert alles Dann schieß mal da drauf Und wenn die Männchen nicht willkommen, dann schieß mal da drauf Na? Irgendwie lebt der gerade gar nicht Na? Könnt ihr mal drauf gehen, bitte? Das wäre gar super Wunderbar Be right back Und der nächste geht hier weit Was war denn das? Könnte ich ein Spielfeld verlassen, Jungs? Das macht man doch nicht Die Frage ist, wie lange bleibe ich hier sicher? Wahrscheinlich nicht zu arg Deswegen, nachdem wir hier getrillt haben Äh, nachdem wir siegerecht waren, wo gemerkt Dann müssen wir wahrscheinlich ein Heimtodau Oh Gott, ja Liegen wir denn ein Tripantin Zuck, zuck Zuck, zuck, zuck Zuck, zuck Zumindest das möchte ich noch heimholen Ich möchte sagen, können Sie meinen Kindern Ich habe es geschafft Ich habe in den Tower genommen Oh Gott, mir fehlt einfach gerade alles Ja, ja Genau da müssen wir gehen Genau da müssen wir gehen Und nichts anderes Na kommst du Ja, dankeschön Ja Autsch Gleich gut, gleich gut Verdammt noch eins Ich gehe auch, verdammt Das sind die Kollegen auch nur da Die Frage ist Ja, ich habe ihn noch bekommen Ich habe ihn noch bekommen Sieg für mich Sieg für mich Und das brauche ich beim Planeten Ich würde mal sagen Das machen wir mit einem Respawn Seien sie so schnell Ich habe jetzt nämlich nicht mehr nach Hause zu kommen Oh, das war toll Das war sogar richtig toll Ah, die Versuchung gerade Hintrugs anzugreifen Ah, ja, ja Das kriegen wir auch noch hin Ähm, eigentlich müsst ihr den Medica abschießen Aber das ist kein weiter Aber in der Situation Würde ich wahrscheinlich auch Den falschen angreifen Oder Ja Ich kenne mich nur zu gut Conor Ähm So, jetzt bitteschön Ja, starken Angriff ist Ja, starken Angriff Ups Na komm Kommst du her, kommst du her Dankeschön Dann haben wir die hier Na, kommst du her Jetzt habe ich gerade nicht gelesen Warum man Na, kommst du her Warum Äh, wir sind Jetzt gucken Shane, wie Ah, ihm scheint es nicht zu gefallen Dass wir auf die Türme abgehen Hm Naja Auch nicht so schlimm Und ich meine ganz ehrlich So viel Schaden, wie die jetzt gemacht haben Es geht ja noch Es geht ja noch Was die gerade an Schaden machen Ist nicht mehr Feierlich Nicht so gut Ganz so gar Ich gut sogar Den kriegen wir gleich wieder Nur keine Panik Dann müssen wir nämlich Wo die gerade unterwegs sind Und können das gerade Zum Gegenangriff dann ausholen Na, dankeschön Jetzt haben wir hier Und weiter geht's Ich renne voll Ich kann einfach durch Der darf nicht wieder zurück ins Kraftfeld Dankeschön Er darf alles aber nicht zurück Na gut, schauen wir doch mal Der Gegner versucht uns anzugreifen Also können wir das gleich auch bei ihm machen Und zwar So Alles angreifen, alles angreifen Vor die Kane Wir richten jetzt so viel Schaden an Wie wir ihn nur machen können Das Gute ist Der Gegner kann ich mich auch nicht hier spawnen Soweit ich weiß Soweit ich hier drin stehe Lalalala Zübersicht immer Wir kümmern uns nicht um irgendetwas Einfach nur die Prioritäten umgesetzt Dankeschön So Dann einmal hier rüberschießen Ein Glück, dass keiner da ist Ein Glück, dass keiner da ist Oh Gott, ja Aua Könntest du mich heim Könntest du mich heim, bitte Junge Könntest du mich heim Junge Es wäre super, wenn du mich heim könntest Dankeschön Wenn ein bisschen mehr Schaden Hätt ich nämlich das Ding auch ordentlich Da kommst du Na 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 Ah, wunderbar Einmal gespottet Bekommen wir noch ein bisschen was von Bonus Ja Na Das auch noch gemacht Na komm schon Mach mich fertig Mach mich fertig Zeig's mir Zeig's mir Na komm Ja, dankeschön Also doch Ein Angriff haben wir so gut wie Runde gebracht Also ich möchte jetzt mal nix hören Du Wir haben hier eine richtig schöne Gegneroffensive gestartet Und das ist glaubt die blaue Hasselnuss Wunderschön Das ist einfach eine tolle Farbe Und die nehmen grad den hier ein Oh yeah Verdammt Wir seh grad einer einzigen ist nur auf der linken Seite Das heißt Den werd ich mir dann wahrscheinlich schnappen Jep Dort nach hinten werd ich gehen Wenn ich mal wieder spawne Das wäre super Ähm Und die Leutchen vielleicht zusammenbleiben könnten So ein bisschen Können so eine Gegner ablenken Die Gegner ablenken Das wäre schon mal etwas Nein, da mach ich nicht lang T9 Amor Jep Mehr hab ich da nicht zu bieten Falls ich es bin, den du gerade auslachst Autsch SMG Ganz ehrlich Das schaut mir eher nach dem Plasma aus Verdammt noch eins Ist nicht gut Verdammt Ich protecte ja schon Und zwar von hinten Nicht protecte von hinten Nur keine Warnik Nur keine Warnik Mal gucken wie die Leute sind Ich hab Oh was zum Kanker Ach komm schon Ich wollte einfach nur von hinten angreifen Dang it Aber gut Dann können wir ihn mal anschauen Und Er ist verdammt gut gepanzert Da kann man nichts gegen sagen Und das Ding ist einfach nur Zwei Jedem mehr Atel auf zwei Beinen Dankeschön Wunderbar Wunderschön Wunderschön Der ganze Medik hat was Der hat was Und der hat gewonnen Und der Medik hat gewonnen Und die andere Medik Vertrieben So nicht anders muss er sein Aber ich glaube Du sollst nicht zurückziehen Wäre wahrscheinlich Auf die Art und Weise besser Denn alle anderen sind auch gerade am nachspawn Oh Gott Oh Gott Es ist gerade so gut wie gar keiner da Was Jetzt bin ich mal gespannt Bitte einmal nachspawn Dankeschön Oh Gott Hab ich denn Oh komm Ich hab schon meine Hinterbeine verloren Ach komm schon Was ist denn Es ist aber gar nicht gut Ich hab Oh nein Ich hab den falschen Knopf gedrückt Ich hab den falschen Knopf gedrückt Oh verdammt Oh Gott Okay Das war jetzt Das war richtig böse Dankeschön Das heißt Wir können es jetzt vertreiben Das war alle Alle vertreiben Alle vertreiben Alle vertreiben Alle vertreiben So Wo ist er an der Angriff Wo ist er Wo ist er Ah ich weiß wo ist Ich weiß wo ist Ich weiß wo du bist So jetzt da Weg mit dir Du hast absolut nichts zu sagen So wieder da perfekt Wie er da heißt Wir können gegen Antriff starten Oh Gott Let's go Fusion Tower Fallkontor vollkontor 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 Ich werde einfach das Ding hier nehmen Und glorreich versorgen Dass mich diese Turm uns gehört Komm schon Ich krieg gleich meinen Cloud Cycle Booster Da kannst du meinen drauf lassen Kannst du da Na komm 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 Dankeschön Auf geht's Auf geht's Hab ich irgendwo einen Medic Nein wir haben keinen Medic Wir haben leider keinen Medic Verdammt Ich muss eigentlich nach Hause Ich muss eigentlich mehr als nach Hause Ich muss gehen Ich muss gehen Verdammt Medic Medic ist auch mehr da Und auf geht's Hallöchenerbau Dich habe ich gesehen Und dich werde ich jetzt auch niedermachen Au Okay Also sowas hätte ich zumindest in der Art gedacht mal Na kommst du ja Hallöchenerbau Du möchtest doch bestimmt Mitten in meine Ketten reinfallen Verdammt Wunderbar Gefällt mir Gefällt mir Ähm Kann ich denn irgendwie Na Verdammt Wird sonst nichts Tut mir leid Nach Hause gekommen wäre ich eh nicht Und für eine Minute Au Komm schon Au Komm schon Au Mann Fokus an die rechte Zeit Und learn to play Ähm Ich würde mal sagen Er hier könnte eigentlich Ja gleich nichts mehr machen Wenn das weiter macht Ein Medic der sich nicht bewegt Wo ist er denn überhaupt Ähm Irgendwie scheinen die mir mehr mit Tränen beschäftigt zu sein Don't go to the director Hab ich Witz Frag Zumindest Kinder Oh Gott Das wird langsam Kein bisschen lächerlich Wird nur ein kleines bisschen Hallo Ich wusste gar nicht Dass man die Ketten so zubauen kann So Ich bin mal auf die rechte Seite Ich bin ein Helikopter irgendwo Weil ich sehe keinen Au So ist mein Hoverblades Ach Geist Fangen sie mit Alter an Bitte Leute Einfach nur fokussieren Auf den Kampf Alles andere Ist doch zweitrangig Alle auf der rechten Seite Keiner sieht uns Keiner sieht uns So Overclocken Hier rein Komm schon Komm schon Macht nix Macht nix Overclocken Overclocken Dankeschön Auf geht's Auf geht's Operation scheiß drauf Verdammt Kaum draußen Schon abgeschossen Na kommst du her Oh Komm Oh Hilfe Nein 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 Eventuell Na Kommst du her Oh Ich kann nichts mehr machen Rein gar nichts mehr Medic wo bist du Medic wo bist du Ich kann noch fliegen Okay das ist gut Ist sogar sehr gut Verdammt Das war knapp Das war leider knapp Dankeschön Es ist wir können angreifen Oh ja wir können Angreifen Ich werde angreifen Wie ich angreifen werde Dankeschön Er ist nach unten geschossen Und ist voll die Karne Sowas von voll die Karne Richtung Richtung Gegner Funktioniert Komm schon Oh komm Scheiß da Na Na Lass mich doch Oh verdammt Oh verdammt Oh verdammt Dankeschön Und ich muss ganz dringend weg Ich muss ganz dringend weg Und Ach Gott Da hinten War ich schon wieder unterwegs Ganz ehrlich Diese Silver Cloud Ist Mein Nemesis Und zwar Sowas von Oh Gott Oh ja Und schon wieder neu Und schon wieder neu Ich glaube jetzt renne ich einfach zum Gegner rein Scheiß doch Es wird sonst eh nix mehr Liebe die Brails Scheidet doch bitte 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 Die Gegnerischen Flugstreit trifft er aus Die Mann will nämlich das Leben zur Hölle Im wahrsten Sinne des Wortes Irgendwo Lass mich raten Der hat mich Wunderbar wunderbar Das heißt wir können ihn jetzt aus dem Gefecht setzen Du lässt mich gefechten Ruhig glaube ich spinn Kommst du her Kommst du her Ich komm schon Ich Und verbessere dich Na kommst du her Irgendwo Muss ich doch auch mal Schaden anrichten können Zumindest ein kleines bisschen Na Irgendwie Mach ich überhaupt Schaden Jetzt mach ich Schaden Okay Jetzt mach ich Schaden Das ist schön Das ist gut Und die müssen eine Minute warten Ihr Medi ist weg Das ist natürlich weniger gut Ähm Ich könnte aber einen brauchen Ich könnte es mal ziemlich sehr einbauen Ich hab Oh komm schon Es hat mich mal mehr Waffen oder was Oh scheiße Aber ich hab zumindest noch was überlebt Und Auch wenn er direkt hat Operation scheiß drauf Hauptsache wir haben jetzt dieses Match gewonnen Und falls ja Wenn wir es irgendwo in dem Video bestimmt mal gesehen haben Ich war ein bisschen zu aktiv darin Manchmal zumindest am Leben zu bleiben 27 Kills Okay 6 mit 22 Na gut Das ist ein bisschen heftig Bisschen heftig Aber na gut So soll es sein Nein wir wollen nicht respawnen Ich glaub Das hat sich auf der Karte mehr als erledigt Und sag mir bitte Wir haben genug 25 25 25 heißt Wir können uns Diese Cubes kaufen Wunderbar Heißt In der nächsten Folge Werden wir damit verbringen Einen neuen Panzer Beziehungsweise Wir können grad mal reinschauen Halt Das hier Na Machen wir es denn Die T10er Cubes Wie viel könnte man denn rein Theoretisch davon kaufen Genug Sollte eigentlich ausreichend sein 90 Ja okay Wobei Gar nicht mal Aber wir können zumindest anfangen Damit Einen neuen Panzer zu bauen Das sind noch viele weitere Sachen Aber in der nächsten Folge In dem Sinn hoffe ich Viel Spaß beim Zuschauen Würde mich freuen Wenn ihr das nächste Mal Wieder einschreiben würdet Bis dahin Macht es gut Und wie immer Tschüss Tschüss Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin